Wie lange dauert das eigentlich, bis man mal hier so einen größeren Raubüberfall geplant hat? Wie, wie lange dauert das? Dann können wir das heute noch easy peasy machen oder was? Ja, zumindest den ersten, weil der erste für zwei Spieler ist und danach sind für vier Spielern. Dann brauchst du auch vier Spieler. Und das macht mit zwei, die man nicht kennt, kein Spaß. Also so mit zwei, die auch kein Headset haben und so, weißt du? Ja, deswegen. Du hast deine Räder ausgefahren, Digga. Das wollte ich dir nur mal sagen. Digga! Digga! Ah! Das ist dein Arfe, Alter! Und, und du guckst durch, oder was? Oh! Ohoh! Ah! Ah! Das ist an so einer behinderten Stelle passiert, jedesmal wenn ich jetzt respawne, krieg ich das Ding nicht rechtzeitig hochgezogen. Boah, dieser mieser Sche... ey, jetzt. Sonst gleich zu catchen würde ich ja nichts überbieten, ey, oh Scheiß. Wie kommt sowas, Alter, wie kommt sowas in deinen Kopf? Wie ich dich schon, äh... Wie ich dich schon, äh, nach unten hab fliegen sehen und dann auf einmal so'n, bei'n Controller geruggelt und so gemacht. Scheiße, ey. Ist diese Möglichkeit, warum es für dich hier in deinem Kopf existiert hat, mir sowas anzutun? Ja. Ich hab 10.000 auf mich gesetzt, Digga. Ist der helle Wahnsinn, ne. Ja, da geht man über Leichen, ne, ist ja ganz klar. Das wirst du nachher schön zusammen...